wohl wissen, wir können damit einen Krieg nicht beenden, das wäre ja auch zu schön und das wäre ja auch zu leicht. Und natürlich würden wir uns das wünschen, aber das kriegt man natürlich nicht auf die Reihe. Aber warum machen wir das, was wir in Österreich gemacht haben, nicht quasi im europäischen Raum? Und mittlerweile sind da, glaube ich, über 200 Radiostationen daran beteiligt. Alle in Österreich sind dabei, wir natürlich auch und wir haben gesagt, ja, da machen wir mit. Und heute um dreiviertel neun, also jetzt genau, spielen wir noch einmal von John Lennon und Yoko Ono Give Peace a Chance und wollen wir hoffen, dass diese Botschaft vor allem auch in Russland gehört wird. All we are saying is give peace a chance All we are saying is give peace a chance Everybody's talking about ministers, sinners, 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 sinners Dichards, sinners, 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 sinners Let me tell you now, everybody's talking about revolution, evolution, match of legs, match of legs, regulation, integration, meditation, sign and nation, congratulations. All we are saying is give peace a chance. Let's go, let's go. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Everybody now, come on. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Everybody now, come on. Everybody now, come on. All we are saying is give peace a chance. Everybody now, come on. All we are saying is give peace a chance. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Okay, beautiful. Yes. Oh ja. Möge diese Botschaft gehört werden. Mehr als 200 Radiostationen in ganz Europa haben genau in diesem Augenblick oder in den letzten vier Minuten diesen Evergreen von John Lennon und Yoko Ono gespielt. Give peace a chance. Reich und schön. Die guten Morgen Kärnten Seitenblicke. Eine ganz besondere Fotoausstellung haben wir da im Kensington. Ist doch nicht so, Herrikeda! Silva, viele k borders. Ja, ist das verteragt. Vielen Dank.